Ja, hallo, ich beende jetzt die Reise von Kongo Atvent mit dem letzten Video von Bismarck zu meinem Vorfahren Johann Lausberg. Insgesamt habe ich jetzt 30 Schritte gebraucht über Bismarck, 15 Schritte und nochmal 15 Schritte zu Johann Lausberg, also 30 Schritte. Bismarck habe ich ja schon beschrieben zu Johann Wilhelm von den Werken und ich setze jetzt nochmal den Link von Bismarck unten drunter, dass Sie den Weg zu Johann Lausberg nochmal vergleichen können.